hey da was geht ab leute team wabelt hier heute mal mit einem kleinen spiel zur weihnachtszeit dank ultimate guard und die jungs hier werden mal versuchen diese stapel hier 40 karten so schnell wie möglich einzuhören die zwei ersten kommen weiter ins finale und der langsamste fliegt groß und auf die plätze fertig los ich mach euch fertig er hat meine katze gekriegt du hast du hast 45 karten ja fußfinger ok ich war heute zum ersten mal schnell mit dem titel aufmachen schon gewinnt weil er keine forderung rückseite hat man strategischer vorteil aber ich bin dafür schneller oder muss das direkt was ich will scheißegal man Er wollte halt meine haben, er wusste es schon, oder? Und es gibt auch noch erst nicht hin. Gib mir Leide nicht. Oh Gott, ich bin tot. Gib mir Leide nicht, Mann. Gib mir das echt hoch. Leide doch nicht. Alter! Ich krieg die Karten nicht hoch. Tati, echt schnell, Mann. Oh, hattest du echt 40 Karten? Ja, ohne Scheiß. Scheiße, das ist bestimmt 50, 50, 20, Alter. Du kannst ja dann 18, Alter. Aber echt, Mann, ich brauch danach einen Stapel. Du musst ja sortieren, gell? Ich brauch einen Stapel danach. Sortieren nach was? Ja, auch Stapeln heißt. Ja, Stapeln schon, ne? Ich hab nur noch dreimal. Wie scher bist du denn, Alter? Wie scher machst du das los? Digga, ich bin zu krass. Ich hab schon heimlich geübt, Mann. Ich wusste, dass es kommt. Ich hab heimlich geübt. Oh, yes! Ich hab gewonnen. Ja, du musst schon nach Dingsstrafen machen. Du musst auch nach Zaubern fallen sortieren. Ja, du auch. Will ich nicht. Ich lass mir noch ein paar Zeit, Alter. Hey, kann es sein, dass ich voll viele Karten hab, irgendwie? Ich kann es ja nachziehen. Ja, will ich dann auch. So, meine Lieben. Fertig, BÄM, Alter! Ich war schon lange voll. Ich hab nur noch Zeit gelassen. Okay, ich hab noch. Ich hab noch rennviele. Warte aber schon mal, wie viele sind. Ja, du bist draußen. Guter Versuch. Ich hab sogar 41 eingehüllt, Leute. Echt? Ja, das sind 19 hier, Mann. Ja, vielleicht waren es 61 Höhlen. Zähl mal den Stapel. Der hat nicht gewonnen, oder? Ja, du bist im Finale halt gegen Chong. Ich hab echt drei Karten mehr, Tati. Was? Aber kein Scheiß. Oh mein Gott. Nein, hier war noch eine drin. Die ersten Cheatversuche bei Sparspiel waren. Aber doch kein Scheiß, Mann. Du kannst nicht mal zählen. Ey, hier sind es drei Karten mehr. Ja, warte. Ja? Du hast auch mal einen Kamele. Ach, komm. Nee. Nee, ich brauch die nicht. Ich brauch ein bisschen Kamele, oder? Alter! Du bist so schlecht, Mann. Ich bin jetzt 20. Schau ans Ziel. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Wie ist das? Das sind 3 und 30. 35, 37, äh... 39, ja. Eine Karte mehr. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ja, warte, warte. Du schaffst nie einzugeln, Mann. Ja, eine Karte mehr. Schau. Er hätte auch eine Karte mehr, Mann. Nein, das ist egal. Er hatte Vorteil. Okay, Jungs. Gewonnen. Ich lass die Versager im Finale, Mann. Aber echt, Mann. Ich werde doch gelesen haben, wo ich da vorne hab. Okay, Finale ausfüllen und einhüllen, Mann. Ausfüllen und einhüllen. Ausfüllen und einhüllen. Okay. Nein, das ist doch fair. In die selben oder nicht? So ist es unfair? Du hattest hier im Strategie Sportex, wirst du Nachteile haben. Eines kannst du doch nicht ausziehen. Du kannst ausfüllen und einhüllen. Okay, hier, hier, komm. Ausfüllen und dann einhüllen. Aber in neue dann, oder? Nein. Aber echt, Mann? Nein, ausfüllen und dann in die anderen vom Kicken einhüllen, oder? Nein. Du, direkt hat er jetzt nicht. Ich mach's raus. Ich such's raus. Wir haben alles am Video, Mann. Okay, wie machen wir das jetzt? Fangen wir an, oder? Wollt ihr? Aus und dann wieder rein. Okay. Wir müssen die Höhen einmal hier hinlegen. Ja, nicht, dass du nichts schummelt, Leute. Da, hier, das sind die anderen, hier. Sind das beide 40? Zack, so. Und dann wieder einhüllen. Zack, brauche. Okay, dann müssen wir auf den Tisch schauen und dann fertig sein. Alter, wir haben doch alles am Video, Mann. Ja, egal, ein Teil rauscht, halt. Dann würde er das so verlieren. Okay, wir fangen gleich an. Zeit zu holen. Ja, Mann. Drei, zwei, eins, los. Okay, ich krieg's die noch aus. Ah, mein Gott. Alter, wieso ist die auf der anderen Seite? Ich hab's unterstützt, Mann. Ich hab's unterstützt, Mann. Ich hab's unterstützt, Mann. Ah, die rutschen, Mann. Die rutschen, Mann. Dinger, die rutschen. Stimmt, ich kann die Dinger, Gast, die Puppe, das hätte ich gar nicht kaufen. Was ist denn das? Minus. Turbo. Minus. Turbo. 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 Ah, fuck, Alter. Turbo, fuck, Alter. Ah, fuck, Alter. Ah. Ja, ich kann auch mal sagen. Ja, ja. Ja, ja. Das sieht gut aus. Bürobot 0,5, Alter. Entschuldigung. Ja, Mann. Danke, Alter. Nein, du rutscht. Nein, du nicht, Alter. Nein, Mann! Piss dich! Der liegt gleich auf, Mann! Scheiße! Eine Karte, ne gleichzeitig! Warte, wieder rein! Ich hab's echt geschafft, Mann! Nein, jetzt hab ich die Geführung! Okay, gleich! Oh, das ist jetzt echt gut! Die Jonger hat grad laufen, Mann! Ich finde aber, du solltest richtig rumreintun! Ja, ich auch! Ich möchte das Bild nach oben sehen! Nein, das ist nicht! Man kann das doch mal rumdrehen! Nein! Es wird immer ein Gewinner geben, das ist schon ein Ziel! Ja! Ja! Außenstehende Meta-Bestände! Ja, Alter! Was siehst du denn, Cem? Da war gerade einer der anderen! Nicht hier? Ach so, ich dachte von dir! Ja, dann geh ich hin! Ist denn viel? Was? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Was hast du denn nicht geholt? Was? Hast du dich geholt? Ich weiß noch nicht, hab ich gedacht! Ja, das gibt dann! Ich weiß nicht! 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 Welche von denen? Ich weiß nicht! 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 Wir gehen in diesen Stellen rein! Aber die enger sind! Das ist meine Macht erst! Die fallen alle, das ist scheiß hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, Tati. Ja, das ist mies, man. Die fallen alle. Wie fallen die? Wie? Wie? Die fallen. Ich bin im Vorteil, noch zwei Karten. Und die letzte, ich lasse mir Zeit. Ich lasse mir Zeit. Und der Sieger. Gewonnen, Mann. Was, Liga, der am schlimmsten eins liegen kann damals. Und aus, Alter. Ja, Mann. Yes, Mann, gewonnen. Und die halten, Leute. Vielen Dank, Jungs. Ja, Mann. Tom, schau mal rein. Leide mich, Leute. Ja, aber die falschen Höhlen genommen. Aber coole Höhlen, Mann. Haben einiges ausgehalten jetzt. Eingehüllt, ausgehüllt, eingehüllt. Passt, Leute. Auf jeden Fall. Danke an Altimitgard. Oh, yes. Schaut bei denen vorbei. Gebt Wunsch. Und leidet mich. Oh, jeder. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite da. Und natürlich unsere Sponsoren. Alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, leidet mich. Vielen Dank.